Was sollte der ganze Trubel? Ach, hier bist du. Ich habe überall nach dir gesucht. Bitte, erledige den Bösewicht. Hier lang. Was soll ich mir tun? Was nur? Was soll ich nur tun? Was soll ich... Was soll ich? Geh! Das war's für heute. Oh, oh, oh. Fahrt! Fahrt! Diese falsche Schlange! Ganz ehrlich, die Lage hier ist nicht rosig. Falls du ihm die Zunge rausschleppst... Törichte Morgendämmerer! Kämpft nur weiter! Es gibt sicher einen passenden Weg. Du bist zu schwach, meine Bedrohung. Du dachtest doch wohl nicht, dass du mir Angst machst, indem du alte Thron zertrümmerst! Soll ich dir die Information geben? Hey! Kein Grund, gewalttätig zu werden! Ich bin kurz, der Lagerraum! Ich bleibe hier und habe etwas Spaß! Es ist spät! Zu spät! Bewegung! Ich trage die Verantwortung, wenn der Nachschub zu spät ankommt! Ich kann sehen, dass du eine wahre... Ich bin kurz. Sei leiser! Perfektes Timing! Was bringst du mir da immer? Was ist das? Ist das mit? Okay. Wilbur hat den Köder und Schocken. Wilbur hat den Köder. Das Getränk ist seltsam, aber unglaublich... Ah, das ist delikat. Ah, das ist der Fall. 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 Ah! Ah, ha, ha, ha! Yannick wird wieder angegriffen! Er ist gestürzt! Er sitzt in der Volle! Ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält! Ah, ha, 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 ha! Aha! Du bist immer noch genauso fähig wie eh und je, Yannick! Ihr werdet das perfekte Opfer für den Meister abgeben! Oh, Großartiger! Dein Diener bietet dir ein Opfer nach! Ah, ha, 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 ha! Was schon alles in der Welt tut ihr da? Du hast meinen Angriff angewehrt! Dieses Opfer ist ziemlich beeindruckend wahr! Erblickt! Die Pest, die alle anderen in den Schatten stellt! Nein! Versch. Jetzt in hier auf! König! Was ist das? Das war's für heute. Geh! Nein! Meine Pläne! Wo kommt dieser nahe her? Zum Teufel mit ihm! Herr Jinnik! Was ist passiert? Geht es dir gut? Wo ist das Ding bloß? Hergekommen! Die Situation ist schlimmer als gedacht. Vrat ist mit den Dämonen im Bunde. Wir müssen ihn aufhalten. Der Erfrat beschwor. Ganz sicher einen Dämon. Einen sehr mächtigen obendrein. Du bist viel stärker als früher. Ich komme bald nach. Das macht den Dämonen. Erfrat! Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Der Dämon hat. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Hüpp! Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stark auf der Suche nach Wrath traf ich auf ein paar verdrießliche Leute. Wenn sie wieder Blödsinn reden. Wer, wer ist da? Du, du hast doch den Eisgipfeltempel beschützt. Du, du hast doch den Eisgipfeltempel beschützt. Ich hoffe, meine Sorgen sind unnötig. Wrath, verdammter Narr, wo ist ihr? Also ihr seid der neue Hund der Gruppe? Ihr seht wie ein ziemlich treues Hündchen aus. Leider habe ich gerade keine Zeit, mit dem Hündchen zu spielen. Geht! Geht! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Hände! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, du bist gekommen. Ich hörte laute Geräusche aus der Gruft. Geht es dir gut? Die Böse. Hier, hier entlang. Ihr habt eine ganze Weile geredet. Und? Ich sehe mich hier noch. Geht es dir gut? Geht es dir gut? Geht es dir gut? Es ist so kalt. Ich erinnere mich, dass Leute in der Arena gejubelt haben. Geht es dir gut? 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 Oh, 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 oh! Das war's für heute. Was ist das? Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.